Hey du, ja genau du, bist du bereit für ein bisschen Hisse, für einen Tanz der Gefühle, für ein bisschen Temperament, für ein bisschen Leidensaft. Denn heute, meine Freunde, sind die Patreon 10.24 wieder da. Ich habe vor kurzem erstmal ein Patreon-Video bzw. ein PBE-Patreon-Video gemacht. Jetzt werden sich einige denken, ja Tobi, kenne ich schon alles. Nein, Lüge, das ist eine Lüge, du weißt gar nichts, wer bist du überhaupt? Nein, also es werden auf jeden Fall viele Änderungen noch tatsächlich dabei sein. Es gibt einige, pardon, merci beaucoup. Also es sind einige Sachen tatsächlich dabei, wo ich auch überlege, wow, ich weiß nicht, bin kein Fan, no Fan, Leute. Gravierende Mittleränderungen, gravierend, gravierend. Not sure if Fan or not Fan, aber müssen wir mal gucken. Fangen wir direkt mal an. Natürlich einige Änderungen hatten wir schon, das heißt Amumu zum Beispiel. Okay, vielleicht hat ja jeder nicht das PBE-Patch-Notes-Video gesehen, aber warum nicht? Warum habt ihr es nicht gesehen? Gut, ihr habt es gesehen. Und wenn nicht, warum nicht? Gut, egal, auf jeden Fall, Amumu wird genervt, Tanks sind ja gerade Overtuned. Hey, fehlen voll viele Item-Endungen. Ja, Tanks sind auf jeden Fall Overtuned, werden so ein paar, natürlich gerade Amumus sehr, sehr stark mit Sunfire, ist ein sehr, sehr starkes Item und er hat natürlich mit seiner Weh ein kleines Sunfire. Das beides kombiniert, ist einfach die totale AOE-Zerstörung. Deswegen macht er jetzt, hat er weniger Scaling, macht weniger Base-Damage und macht dann dadurch insgesamt deutlich weniger Schaden. Herr Karim, naja, seine, ich weiß immer nicht, ob das reicht, wenn ich ehrlich bin. Das sind schon einige Änderungen, aber er hat eine gigantische Win-Rate, ja, die ist bei 62, 64 Prozent. Da muss schon, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich denke, er ist immer noch stark. Herr Karim. Herr Karim bekommt weniger Movement-Speed, AD-Conversion, das heißt Movement-Speed, die in AD umgewandelt wird, die ist jetzt geringer. Und auch sein Devasting-Strike macht weniger Movement-Speed. Ja, das heißt, weniger Movement-Speed, weniger Damage. Klar. Und weniger Movement-Speed, beziehungsweise hier dann zusätzlich nochmal weniger Damage. Ne, auch Herr Karim natürlich Tanks, Tanks, ekelhaft, ekelhaft, genervt. Kay. Kay, muss man natürlich sagen, ist gerade auch sehr, sehr stark. Also, ultra-strong Pick, vor allem natürlich auch mit Nashoff's Zahn. Auch hier wird ein bisschen das Bonus-Deck-Speed, was sie bekommt durch Ability-Scaling, reduziert. Und zwar von 2 Prozent auf 100 AP auf 1 Prozent auf 100 AP. Samira. Samira ist vermutlich der stärkste AD-Carry gerade. AD-Carry, ich weiß gar nicht, ist es ein AD-Carry, ist es kein AD-Carry, ist es nur ein bisschen fragwürdig immer. Auf jeden Fall zerstört sie ultra krass. Komplette Zerstörung mit den neuen Items. Das heißt, sie, hier wird die Passive, das Base-AD-Scaling wird hier runtergenommen und die Dash-Range wird etwas reduziert. Tründem her, Tründem her hat natürlich riesige Probleme. Dadurch, dass Crit gerade nicht das stärkste ist, sind wir ganz ehrlich. Und hier ist es so, dass er jetzt durch seine Q mehr AD bekommt und er bekommt mehr Bonus-AD, wenn er wenig AP bekommt. Oder hat. Das heißt, doppelt und dreifach mehr AD. Das ist cool. Habe ich AP gesagt? AD. Ja, AD meine ich auf jeden Fall. Ne, ich habe auch AD gesagt und wenn nicht, dann habe ich AD gesagt. Varos. Varos sind die Änderungen auch tatsächlich ein bisschen anders, als wir sie auf dem PPE hatten. Varos ist gerade nicht besonders gut, aber Varos ist auch kein typischer AD-Carry. Also er ist so mehr ein AD-Carry-Caster, weil er sehr viel zaubert. Und er hat so zwei Builds. Der beliebte Lethality-Build, dass du halt nur Full-AD gehst und dann mit den Pfeilen den Gegner zerstörst. Oder den, ja meistens war es immer so ein Rune-King-On-Hit-Gindle's-Rage-Blade-Build. Das heißt, dass du einfach sehr, sehr viele Auto-Tags machst und den Gegner zerstörst. Und jetzt werden einige Änderungen gemacht. Aktuell ist es so, dass man diesen Lethality-Varus genervt hatte, schon vor Äonen von Jahren. Oder schon ein bisschen her. Und gesagt hat, hey, du bekommst Cooldown wieder, wenn du Blighted Enemies quasi, ja die, also Blight ist ja die W. Wenn man das quasi auslöst, bekommst du Cooldown wieder. Und das haben diese Poke-Varus ja nicht gemacht, weil die haben einfach immer nur ihren Pfeil aufgeladen und abgeschossen, aufgeladen, abgeschossen, aufgeladen, abgeschossen. Die hatten nie diese Auto-Tags, haben nie Stacks gemacht. Das heißt, für die war das ein riesiger, dramatischer Punkt. Aber das hat die anscheinend trotzdem nicht interessiert, weil die ja immer noch Varus weitergespielt haben. Aber die haben diesen Cooldown nicht wiederbekommen. Dieser Effekt wird jetzt entfernt. Das heißt, das ist grundsätzlich erstmal schlecht für Varus, weil hier hat er die Möglichkeit, drei Sekunden wiederzubekommen. Allerdings gibt es jetzt was cooles, und zwar einen neuen Effekt. Wenn ihr mit der Cue ein Ziel mit Blighted Quiver Stacks abschießt, dann bekommt ihr erstmal durch das Aufladen, kriegt man ja bis zu 50% Bonus-Damage. Und durch die Stacks nochmal 50% Bonus-Damage. Das heißt, wenn ihr ein Ziel abschießt, was drei Stacks drauf habt, mit einem voll aufgeladenen Pfeil, dann ist das Ziel tot. Ja, dann, das macht richtig hart Schaden. Das heißt, ihr werdet sehr, 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 sehr hart belohnt, wenn ihr Stacks vorher drauf macht. Natürlich werdet ihr auch belohnt, wenn ihr den Pfeil aufladet, aber selbst wenn ihr nur kurz abschießt, sind trotzdem 50%. Wenn ihr es natürlich noch zusätzlich aufladet, wäre natürlich auch sehr, sehr geil. Der W-Bonus-Damage wurde dafür etwas reduziert, man muss sogar sagen, ziemlich sehr reduziert. Allerdings bekommt ihr jetzt, und hier ist dieser Cooldown-Effekt, jedes Mal, wenn ihr Stacks auslöst, bekommt ihr pro Stack, man kann ja drei Stacks drauf haben, 12% Base-Cooldown wieder. Das heißt, das zählt nicht für Ultimate, aber für eure Cue zum Beispiel. Und das ist schon ziemlich cool. Vor allem muss man hier berücksichtigen, vorher waren es halt drei Sekunden. Das bedeutet, man konnte, oder machen wir es andersrum. 12% sind halt Prozent. Wenn du jetzt richtig viel CDR kaufen würdest, beziehungsweise Ability hast, und nur noch vier Sekunden drauf hattest, oder sagen wir zehn, sagen wir zehn, zehn ist auch schon wenig, wobei zehn, weiß ich nicht. Sagen wir einfach fünf, fünf wäre extrem wenig, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, bestimmt. Und davon sind natürlich 12, beziehungsweise 36% bei Max-Dex nicht viel, weil der Wert sowieso schon gering ist. Das heißt, so wie ich das hier lese, wird jetzt Varus, der nicht auf Cooldown-Reduction-Items baut, sehr stark belohnt. Weil wenn du einen Spell hast, der 15 Sekunden Cooldown hat, und der um 36% reduziert wird, dann ist das natürlich ein riesiger Wert, den du an CDR wiederbekommst, an Cooldown-Reduction. Naja, oder Ability Ace. Ich werde wahrscheinlich immer noch CDR sagen, naja, weil es einfach drin ist. Ich meine, was sollte man sonst sagen, Ability Ace ist viel zu lang, CDR, CDR, Ability Cooldown, weiß ich nicht. Aber ich denke, das hier ist ein immenser Buff für AD-Carry Varus. Ja, der AD-Carry Varus, der auch irgendwelche On-It-Items baut und nicht unbedingt mit den Pfeilen bündeln will. Dafür wird sein Ult aber auch noch ein bisschen genervt, muss man sagen, und zwar fliegt sie jetzt deutlich langsamer. Ja, tut weh. 1500 ist schon noch nicht ultra langsamer, aber ihr erinnert euch an die Leblanc Changes mal, wo sie ihre W sehr langsam hatte, da hatte sie 1200, das war gigalangsam. Ja, so hat aktuell das Problem, beziehungsweise, er ist ja schlecht mit Crit. Ja, die Crit-Altern sind nicht gut. Und da haben sich die Leute gedacht, hey, Rageblade ist broken. Denn Rageblade wandelt Crit um in zusätzlichen On-It-Damage. Und das ist komplett krank, weil er natürlich doppelt Crit bekommt. Und deswegen, Leute, den Text habe ich ehrlich gesagt selber auch nicht ganz verstanden, ich bin ehrlich. Also, ja, also, auf jeden Fall heißt es so viel wie, das funktioniert nicht mehr. Die Umrechnung ist jetzt anders, das ist jetzt alles ein bisschen, wird anders berechnet. Und dadurch sagt sogar, na, Rage steht hier sogar, die, wenn ihr euch fragt, muss ich jetzt für die neue Season Rageblade auf Yasuo lernen, diesen Playstyle? Und die Antwort ist, der Answer ist No. Das heißt, das ist jetzt tot. Rageblade Yasuo ist tot. Der Answer ist No. Ja. Selbes für Yon. Rune King wird genervt, das heißt, teurer, mit weniger Attack Speed. Cosmic Drive, mein Lieblings-Item, wird gebackt, finde ich cool. 75 AD ist schon nett. Demonic Embrace macht weniger Burn-Damage. Eclipse, gerade auf Artecales auch besonders beliebt. Das ist ein einfach extrem gutes Allrounder-Item. Es gibt euch Movement Speed, es gibt euch Schild und es gibt euch Damage. Komplett broken. Gerade auf so Champions wie Xenna und Jhin. Jetzt 16 Sekunden für Rage Champions. Das scale, soweit ich weiß, mit CDR. Aber 16 Sekunden ist schon verdammt lang. Verdammt lang. So, dann Jungle-Items ein bisschen. Das ist kaum nennenswert. Essential wird jetzt 50 AD. Das ist, denke ich, immer noch sehr wenig. Aber das hat natürlich jetzt auch sehr viele andere Stats. Aber 40 AD war auch schon extrem wenig. Sind wir mal ehrlich. Crank'n Slayer wird gebufft. Ja, ihr wolltet ja, die Artecary-Items werden. Ihr habt stärker gemacht, Leute. Wir haben hier viele Änderungen, auf jeden Fall. Das heißt, vor allem, Artecaries werden gebufft und andere Champions werden genervt. Das muss man auch sagen, ja. Hier ist kein Artecary dabei, der genervt wird. Kein einziger. Deswegen, Artecaries, deren Items werden gebufft. Und die anderen werden alle genervt. Wir haben hier jetzt eine richtig krasse AD-Ratio. 45% von 30. Das ist insane. Und außerdem der Damage hier von 80 auf 85. Und der normale Attack-Damage-Demate von 60 auf 65. Hier ist schon auf jeden Fall Crank'n Crankenschein. Und hier haben wir nämlich AP-Änderungen. Die, die ihr sagt, sind zu broken. Jetzt Leandius wird geschwächt. Lichbane. Ursprünglich hatte es 60. Jetzt hat es 50. Und jetzt hat es 40. Also auf 40% reduziert. Tut ultra weh. Na, ich baue es sowieso nicht so gerne auf Fizz. Vielleicht ist es dann jetzt so schlecht, dass ich es gar nicht mehr bauen will. Lunes Echo. Auch genervt. Ihr seht hier die ganzen Leute. AD-Carish, die ganzen AP-Ler, die ihr so top OP findet, werden genervt. Das heißt, hier haben wir jetzt weniger Echo-Damage-Ratio und auch weniger Movement-Speed, was ihr bekommt. Movement-Speed nur auf 15%. Ist mega krass. Hier ist einfach nur irgendwie so ein bisschen Bug-Fix. Irgendwie so ein bisschen, ja, ne. Keine Ahnung. Nasch aus Zahn wird auch genervt. Nasch aus Zahn ist ultra stark. Und ich glaube, 20% ist immer noch zu viel. Ja, du machst, wenn du ein ordentliches Item-Build hast mit pro On-Hit, das wandelt ja quasi AP in On-Hit-Damage um, beziehungsweise scaled mit AP. Und du, ich hatte letztens einen Echo, der hat mit einem Autotech 100 On-Hit-Damage gemacht und das war, der hatte 300, 400 AP, das war komplett krank. Super krank. Also ich denke, dass es selbst 20% noch zu stark ist. Night Harvester verliert 50 Damage auf jeder Stufe und genauso Protobelt 50 Damage auf jeder Stufe. Muss aber sagen, Protobelt, hier, und beziehungsweise Leute, alle, die sagen Night Harvester broken. Protobelt hat 50 mehr Schaden als Night Harvester, by the way, ne. Aber hier, bei Protobelt wollten sie erst auch Muffin-Speed runternehmen, haben sie nicht gemacht. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Mit 50 Damage weniger kann ich absolut leben. Phantom Dancer kostet jetzt ein bisschen weniger Geld und der Effekt hält länger. Prawler's Claw hat jetzt mehr AD um 5 und auch der Shuriken Strike Damage ist jetzt 5 mehr. Das ist sowieso komisch irgendwie, weil im Spiel sind die Tooltips ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob das nur auf Deutsch so ist, aber da steht immer, dass würde 100 machen. Aber so ein paar Items sind auch irgendwie... Im Inventar, zum Beispiel der Sammler auch, hat er 45 AD und im Shop hat er 55. Ich weiß bis heute nicht, wie viel AD er hat. Riftmaker wird genervt, auch sehr starkes Item. Das heißt, ihr bekommt nur noch statt 3% pro Sekunde 2% pro Sekunde dazu an Bonus Damage. Und das geht natürlich dann nur noch auf 10% hoch. Serpens Fang, meine Freunde, wird gerade nicht so viel gebaut. Dieses Item ist das Anti-Shield-Item, womit ihr quasi Bonus Damage und Shield macht. Und das hat jetzt 70 AD und 70 AD, ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, wie viel Infinity's Edge gerade hat. Ich glaube, eins dieser Items hat noch 80, aber 70 Physical Damage und dann noch mit Lethality. Ich bin mir fast sicher, dass selbst wenn niemand im Schild rumrennt, dieses Item sehr stark sein wird. 70 Physical Damage ist insane viel. Es gibt super wenig items, die so viel AD haben. Das Ding, haltet es ins Auge, Leute. Haltet es im Auge. Selbst wenn kein Gegner ein Schild hat. Das könnte ein Dill werden. Und vor allem, wenn jemand ein Schild hat, kauft 70. Das ist... Vor allem, ihr bekommt 20 AD obendrauf, ohne dass es teurer wird. Gar nichts. Einfach 20 obendrauf. 20, das ist... Leute, 20, das ist eine Pickaxe. Das sind einfach circa fast 800 Gold drauf. Einfach so, geschenkt. Ja, Train-Champions sind gerade nicht so gut, deswegen werden die ein bisschen gebufft. Ihr habt mehr Start-Mana und habt später mehr Mana. Midlane-Changes, und das ist ein bisschen harsch, Leute. Man sagt, bevor ich da rein scrolle, dass Midlane zu viel Impact hat. Zu viel Raum, zu viel dies, zu viel das. Wobei ich ganz ehrlich finde, dass Toplaner broken sind, Tanks sind broken und Jungler sind broken. Ja. Also, ja. Und jetzt... Also, Toplaner sind deswegen stark, weil die immer vier Level über mir sind. Ich gehe so zu Toplane, ich so Level 10, Toplaner Level 16. Ich so... Ne, tschüss, dann bin ich wieder raus. Ja, auf jeden Fall... Begeben jetzt Midlane-Cannon-Minions 10 weniger Gold. Für immer. Jedes Minion, was in der Mitte gibt, 10 weniger Gold. Für mich ist das ein Buff. Ich kriege eh nie eine Cannon-Minion. Die Gegner kriegen pro Cannon-Minion 10 weniger Gold. Ich habe eh nie eine gehabt. Für mich ist das ein Buff. Aber ganz klar, natürlich, wenn ihr jetzt die Lane verlasst. Oder beziehungsweise, wenn ihr einfach in der Midlane auch seid. Das ist auch ein Nerv für alle, ne. Hier wird zwar viel von gesagt von Roaming Champs, aber auch alle in der Mitte, ne. So ein Xerath, der da seine Kanone jedes Mal farmt. Der kriegt ja 10 weniger Gold. Tut weh. Tut weh, tut weh, tut weh. Deswegen, Leute. Der Trick ist wie folgt. Irgendwann wollen ja die Articaries swappen. Und die lesen sich gar keine Patchenons durch. Deswegen, dann sagt dem Articary, yes, you can go mid. Hold mid. You are very great player. Go mid. And hold that line. Und dann geht ihr Botlane und farmt deren teure Cannon-Minions. Ja, dann geht ihr nach unten und sammelt die alle ein. Und kriegt das Geld. Das Geld. Und die farm die schwachen Kanonen in der Mitte. Okay, aber weiter im Text. Midlane-Cannon-Minions haben außerdem 30% Increased Attack-Speed gegen Türme. Das heißt, wenn ihr roamed und eure Lane verlasst, dann zerstören die Kanonen einfach eure Türme komplett weg. Die rasten richtig aus. Ja, Roaming Champs. Talon ist sowieso schon scheiße. Ich habe hier keinen Talon-Buff gesehen. Talon ist eine Katastrophe. Eine Vase. Ich sehe hier keinen einzigen Talon-Buff. Keinen. Ja. Talon absolut katastrophal. Kein Buff für ihn. Toll. Nur noch ein Nerf. Geil. Ja, toll. Ja, müssen wir mal sehen. Müssen wir mal sehen. Müssen wir mal sehen. Außerdem, neue Set-Änderungen. Erstmal, wenn ein Spieler AFK detektiert wird, das heißt, das Spiel merkt, es ist ein AFK, da kann man ab 10 Minuten einen Surrender machen. Das ist natürlich dafür da, dass man sagt, ja, hey, na, es soll euch Zeit sparen. Bin nur so ein halber Fan. Grundsätzlich muss dies einstimmig sein. Das heißt, na, wenn es nicht einstimmig ist, kann es abgelehnt werden. Und hier steht, ab 15 muss es aber nur in der Überzahl sein. Bisher war es doch aber so, dass ab 15 einstimmig sein muss. Oder vertue ich mich? Da könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich meine, es musste einstimmig sein ab 15. Wenn einer Nein gesagt hat, ist vorbei. Jetzt steht hier, muss nur noch Majority of Votes haben. Finde ich nicht gut, weil Spieler geben zu oft, zu früh auf. Und gerade mit dem AFKler. Ich habe bestimmt schon ein paar Games gewonnen, wo jemand AFK war, aber nach 10 Minuten wiederkam. Also er war zum Beispiel um Minute 9 AFK und kam aber um Minute 20 wieder und dann haben wir irgendwann noch gewonnen. Ich muss ehrlich sein, in letzter Zeit hatte ich nicht mehr so viele. Ich hatte voll selten AFKler im Team. Ultra selten, wenn ich jetzt mal ehrlich muss. Wir müssen mal kurz appreciaten. Mega selten AFKler. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Außerdem bekommt ihr, wenn du als Premade rausgehst, beziehungsweise, nee, stopp, fangen wir anders an. Wenn bei dir jemand AFK ist, dann kann es sein, dass du weniger LP verlierst. Das ist cool. Hast du ein AFKler im Team, verlierst du weniger LP. Jetzt würden natürlich die Premades sagen, ja cool, ich habe keinen Bock hier LP zu verlieren, geh du mal raus. Wenn das der Fall ist, das heißt Premades, du bist Disconnect oder AFK, dann werden beide kriegen keine Loss Reduction. Das heißt, beide verlieren volle LP. Abfahrt, weg mit den LP. Gut. Ja. Premades, visit Disconnect, AFK, Provisional Players. Ich denke, das ist, wenn man das öfters macht oder so. Wenn das einmal passiert, wird das wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Aber dann müssen wir mal gucken. Und wenn ihr in der Promotion Series seid. Okay, cool. Item Shop Änderung, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Neue Item Icons. Ja, die Icons sollten geändert werden. Äh, ich würde sagen, da sind einfach irgendwelche optischen Sachen. Optische Sachen. Aram, interessiert niemanden? Neue Champions tonnenweise? Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, ja, ich weiß nicht, Leute. Noch mal kurz zitieren, zusammenfassen. Mir fehlen noch Tanks Nerves. Tanks sind broken. Wo sind die Tank Nerves? Also ja, sie haben den Hotfix bekommen, aber sie sind immer noch broken. Ist immer noch viel zu stark. Talon ist eine Vase. Was ist mit den Buffs auf Talon? Wladimir ist auch eine Vase. Eine rote Vase. Wo sind die Wladimir Buffs? Was ist mit meinen Champions? Ich kann nur Pfeis spielen. Und er wurde ein bisschen genervt, ist er mir noch im Rahmen, to be honest. Ja, könnt mir ja gerne sagen, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Auf Wiedersehen und tschüss. Bis dann. Bis dann.